Moin Leute, es ist ein unglaubliches Bild hier, oder? Ich zeige euch heute, wie ich dieses Bild vom Balkon meiner ehemaligen Kleinstadtwohnung gemacht habe und dass ihr das auch könnt, wenn ihr wollt, und ich muss zugeben, aber auch wenn ihr genug Geld habt, das ist leider nicht ganz billig. Das Bild hat 14 Stunden Belichtungszeit benötigt und ich habe mir 5 Nächte dafür um die Ohren geschlagen, plus circa eine Woche Nachbearbeitung. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Tim vom YouTube-Kanal AstroTim. Er arbeitet ehrenamtlich im Planetarium in Köln, hat schon mehrere Bücher, auch für Kids, über Astronomie veröffentlicht und hat einen Hammer-YouTube-Kanal über mein absolutes Lieblingsthema. Also wirklich toller Gast. Er wird euch heute ganz kurz erklären, was hier zu sehen ist. Auf seinem Kanal gibt es dann noch viel mehr Details zum Bild, also mehr für den Inhalt. Und bei mir gibt es heute die Technik zu sehen, also was ist hier alles zu sehen. Das ist nämlich verdammt viel Zeug und es ist sau interessant, das kann ich euch sagen. Also viel Spaß dabei, wir legen los. Ja, fangen wir mit dem Teleskop an. Und zwar stelle ich euch zuerst dieses Hauptteleskop vor. Hiermit werden die Bilder geschossen. Das ist ein Spiegelteleskop, und zwar Newton Astrograph mit 200 mm Öffnung. Also diese Öffnung hat halt 200 mm Durchmesser und 800 mm Brennweite. Tatsächlich ist das einfach dann die optische Länge, die hier drin ist. Also die Länge, die das Licht zurücklegen muss in der Länge. So, ich habe euch jetzt mal die Kamera so ausgerichtet, dass ihr mal reingucken könnt. Und das Interessante bei dem Ding ist, dass zum Beispiel für Objekte mit geringer Leuchtkraft, also wie zum Beispiel Galaxien, braucht man praktisch Teleskope mit einer großen Öffnung und einer geringen Brennweite im Vergleich. Okay, wofür brauche ich jetzt die Brennweite und die Öffnung? Das sind so zwei Hauptsachen des Teleskops, also zwei Main-Parameter. Die Brennweite ist total wichtig. Die könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie ein Zoom sozusagen. Je länger die Brennweite, also wenn ich das Teleskop noch viel länger machen würde, bei gleicher Öffnung, dann würde ich sozusagen näher ran zoomen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Das ist nicht ganz richtig, aber so zur Vorstellung hilft es, glaube ich. Bei gleicher Öffnung natürlich. Die Öffnung des Teleskops, also dieser Durchmesser hier, die bestimmt bei gleicher Brennweite sowas wie die Lichtsammelfähigkeit. Also je größer die Öffnung ist, desto mehr Licht kann ich da reinpumpen und auf den Sensor der Kamera pumpen. Das ist das Wichtige. Ich fokussiere das so richtig mit Power auf die Kamera und kann dann richtig Zeug am Sehen. Wo spielt jetzt zum Beispiel eine große Brennweite eine Rolle? Also ich hatte ja schon gesagt, jetzt hier für meinen Fall, für Deep-Sky-Objekte brauche ich eine große Öffnung, eine kleine Brennweite. Wenn ich jetzt zum Beispiel kleine, helle Objekte habe, sowas wie Planeten, also Mars, Jupiter, Venus, dann benötige ich halt eine sehr hohe Brennweite. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Also es hängt halt immer davon ab, wie das Verhältnis zwischen Brennweite und Öffnung ist. Aber ich glaube, man hat vielleicht so eine Idee bekommen. Also wie gesagt, lange Brennweite ist so eine Art Zoom, so kann man sich das vorstellen, bei gleicher Öffnung. Und große Öffnung ermöglicht mir halt viel Licht zu sammeln für sehr dunkle Objekte. Das ist halt sehr interessant. Die Schwierigkeit ist auch, wenn ich eine sehr große Öffnung habe, dann brauche ich da hinten auch, also ich weiß, man kann es glaube ich hinten sehen, den Spiegel, der muss halt auch sehr groß sein. Und der muss dann sehr, sehr flach, so eine ganz flache Wölbung haben. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so leicht zu schleifen. Und dadurch werden die Sachen dann halt relativ teuer, wenn ich die sehr groß mache. Okay, noch eine andere Frage. Ihr seht jetzt hier, dass dieser Tubus, ja, der ist aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff. Und warum ist das so? Das hat tatsächlich mehrere Vorteile. Also er leitet natürlich Wärme schlecht, weil halt einfach im Kunststoff an sich schlecht Wärme leitet. Er isoliert also ganz gut und er vermindert damit Kondensation. Und das ist wichtig, denn da drin kann ziemlich viel kondensieren, gerade wenn man so eine Nacht durchmacht und starke Temperaturschwankungen hat. Ja, gleichzeitig ist er extrem steif. Das ist halt besonders wichtig, damit sich kleine Bewegungen in dem Teleskop, auch das gibt es natürlich, nicht auf das Bild am Ende ausdrücken. Ja, also einfach, das kann ganz schnell passieren. Hier bewegt sich ein bisschen was und dann wackelt hier das Bild und dann hast du ein Problem. Also das Riesending, worauf das Teleskop hier steht, das nennt sich Montierung. Und das Teil ist richtig, richtig schwer und ganz massiv, damit da möglichst wenig wackelt. Und diese Rotation, die ihr hier seht, die ist wahnsinnig wichtig, ja. Und warum, das zeige ich euch gleich ganz kurz. So, dann müsst ihr euch jetzt vorstellen, ich gehe jetzt raus mit dem ganzen Apparat, stelle dieses Monstrum auf und muss es halt erst mal ausrichten, ja. Und warum muss ich das ausrichten? Ganz einfach, weil die Erde dreht sich und das heißt, durch die Drehung der Erde dreht sich von unserer Perspektive aus der Nachthimmel. Ich zeige es euch hier mal so zum Einblenden, damit ihr das seht. Und wenn ich jetzt mit einem Teleskop einfach den einen Bereich sozusagen ranzoome und das nicht weiter bewege, sondern einfach da steif drauf gucke, dann bewegen sich die Objekte darin ganz schnell weg und das heißt, am Ende habe ich auf meinem Foto nur noch Striche und das ist natürlich doof. Ja, die Lösung ist halt einfach, ich muss dieses Teleskop absolut perfekt auf Norden ausrichten und dann dreht sich das sozusagen einfach mit dem Nachthimmel mit. Das ist der ganze Trick. Und damit das wirklich gut funktioniert, denn das Ganze nennt man Nachführung, muss man es halt ultra exakt ausrichten. Das ist wirklich ziemlich nervig, muss ich zugeben. Dieser Prozess vom Ausrichten ist super, super schwierig. Ich nutze dafür selber so ein Tool, das nennt sich AstroTortia. Das hilft einem so ein bisschen dabei. Also man macht halt immer so links und rechts, also immer an verschiedenen Stellen Fotos. Der checkt dann, wo bin ich und dann lässt man die Montierung ein bisschen laufen und dann kann er automatisch ausrechnen, wie viel ich es noch korrigieren muss und so kommt man ziemlich nah an eine sehr, sehr gute Ausrichtung dran. Aber das dauert tatsächlich unter Umständen nochmal eine Stunde. Und tatsächlich, also auch selbst eine perfekte Ausrichtung reicht immer noch nicht, um so ein Foto zu machen, wie ich euch das da gezeigt habe, weil dafür habt ihr gesehen, muss ich die ganze Nacht durchfotografieren und dafür muss es einfach 100% perfekt nachgeführt werden. Sonst ist es einfach vorbei. Dann macht ihr ein paar Fotos und dann bist du out of Bild. Also dann hast du es einfach out of scope sozusagen. Ja, also wie gesagt, die Ausrichtung alleine reicht gar nicht. Dafür braucht ihr nämlich dann das zweite Teleskop. Das kommt jetzt ins Spiel und das erkläre ich euch aber gleich erst vorher. Schauen wir uns mal die Kameras an, denn die sind auch verdammt interessant. Ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich unterschiedliche Kameras. Meistens nehme ich hier diese umgebaute Canon EOS 1200D. Was heißt umgebaut? Ja, ich habe tatsächlich aus dieser Kamera den Infrarotfilter ausgebaut. Tatsächlich können die meisten Kameras, Digitalkameras, nämlich zumindest einen Teil des Infrarotlichts sehen. Da das aber zu einem sehr weichen und merkwürdigen Bild führt, schaltet man praktisch einen Filter vor den Sensor. Also so hier, das ist ein Infrarotfilter, den ihr hier seht. Und dadurch sperre ich dann das Infrarotlicht aus. Und dann habe ich ein schönes, klares Bild, so wie ihr das kennt. Also praktisch bei jeder Digitalkamera ist immer so ein Infrarotfilter mit eingebaut. Ich zeige euch hier mal ein Bild, was ich mit und ohne den Infrarotfilter gemacht habe. Und das ist schon ein krasser Unterschied, oder? Also fand ich echt selber auch interessant, wusste ich vorher nicht. Ja, die Kamera wird jetzt praktisch so eingesetzt. Also hier an der Seite des Teleskops. Also wird hier so reingesetzt. Dann mache ich es fest. Ich muss natürlich hier das noch richtig rotieren und so weiter. Und kann dann hier quasi mit diesem Drehknopf das Ganze fokussieren. Also rein und raus fahren. Ich denke, man kann das hier halbwegs erkennen. Statt der Spiegelreflex hätte ich auch diesen Pelletier-gekühlten CMOS-Sensor nehmen können. Hier seht ihr das? So ein Kühler drauf. Den habe ich selber drauf gesetzt. Und dahinter ist einfach nur ein CMOS-Sensor mit einem USB-Anschluss. Ganz einfach. Das Teil hat einige Vorteile. Das hat nämlich pro Farbe praktisch eine höhere Auflösung. Dafür muss ich jede Farbe einzeln fotografieren. Was aber eigentlich in der Regel große Vorteile hat. Natürlich Nachteil ist, es dauert noch viel länger und ist noch komplizierter das Bild. Die weitere Vor- und Nachteile. Das führt jetzt ein bisschen zu weit heute. Also dann dauert die Folge, glaube ich, fünf Stunden. Das wollen wir nicht haben. Wenn es euch aber interessiert, mache ich gerne noch eine Folge zu den Sensoren. Ich habe mich extrem intensiv damit beschäftigt. Das ist eine Wissenschaft für sich, die sich auch mal viele Fotografen ansehen sollten. Denn da kann man echt was lernen. Also Dinge wie die optimale ISO-Zahl, Biofilter, Full-Wel-Kapazität und so weiter. Zum Beispiel geistert immer irgendwie das Ding rum, ISO-Zahl muss minimal sein. Das ist Blödsinn. Da gibt es ein Optimum. Und das könnte ich euch zum Beispiel mal erklären, wenn es euch interessiert. Ist aber sehr komplex, muss ich zugeben. Ja, Riesenproblem, Lichtverschmutzung und Rauschen. Wie komme ich denn jetzt damit klar? Das ist ein verdammt schwieriges Thema. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel hier vorne so einen LPS-Filter zu nehmen. Der filtert jetzt praktisch ganz spezielle Lichtfrequenzen raus, die zum Beispiel zu Natrium-Dampflampen gehören. Oder so gewisse Sachen, wo ich einfach weiß, ah, das sind so kleine Peaks irgendwie in meiner Lichtfrequenz, wo ich halt ein Problem habe, wo ich halt irgendwie weiß, das kann ich rausfiltern, dann habe ich deutlich weniger Lichtverschmutzung. Das hilft ein bisschen. Trotzdem habe ich dann selbst damit immer noch eine große Lichtverschmutzung, unten Rauschen. Und wie komme ich jetzt noch weiterhin damit klar? Lichtverschmutzung sorgt eigentlich erst mal für nichts anderes als so eine Art unregelmäßigen Gradienten auf dem Bild. Also einfach so eine Art weißer diffuser Fleck, der auf dem Bild irgendwie ist. Er kann unten sein, je nachdem, wo das Licht herkommt. Tatsächlich kann ich diesen diffusen Fleck irgendwie abbilden. Also ich kann mir zum Beispiel versuchen, den so nachzubilden und den einfach vom Bild subtrahieren, also einfach abziehen. Und dann sieht es schon deutlich besser aus. Das funktioniert tatsächlich so einfach und so macht man es auch. Aber warum ist das Ganze dann immer noch ein Problem? Tatsächlich ist bei dieser Art von Bildern, also ein großes Problem, das sogenannte Photonenrauschen. Also wir haben ja ein Bild mit einer ganz niedrigen Signalstärke. Also ein Bild, was einfach dunkel ist. Also so Galaxien sind sehr, sehr dunkel. Und die Lichtpartikel, die Photonen, unterliegen in ihrer Natur ja sowieso einer Zufälligkeit. Die ist halt physikalisch. Also dagegen kann ich praktisch nicht viel tun. Die zappeln einfach, wenn ich das jetzt so einfach ausdrücken möchte. Und diese Zufälligkeit endet dann in einem Rauschen des Bildes. Also die Lichtverschmutzung selbst ist gar nicht das Problem. Die könnte ich tatsächlich subtrahieren und das mache ich auch. Aber das Rauschen der Photonen der Lichtverschmutzung, das ist das eigentliche Problem. Denn Zufälligkeiten kann ich nicht einfach abziehen. Und das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Also ich fand das total interessant, wenn man sich das mal so detailliert anguckt, dann ist es noch anders, als man denkt. Es gibt natürlich noch weitere Rauschquellen. Jetzt aber für diese Art von Bildern, also diese Deep-Sky-Bilder, die ich euch gezeigt habe, sind die eher von geringerer Bedeutung. So, was kann ich jetzt gegen dieses Photonenrauschen tun oder gegen Rauschen an sich? Ja, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und der nennt sich das sogenannte Stacking von Bildern. Also wenn ich praktisch den Mittelwert von ganz vielen verrauschten Bildern nehme, dann wird es besser. Schaut euch zum Beispiel das hier vom PixInsight an. Hier seht ihr, ich erhöhe jetzt immer die Bilder und es wird immer glatter das Bild und immer weniger verrauscht. Deswegen habe ich für dieses Bild, was ich euch eben gezeigt habe, ca. 100 Einzelbilder erzeugt und diese dann in einem Bildbearbeitungsprogramm namens PixInsight gesteckt. Dieser Effekt funktioniert natürlich nur begrenzt und zwar reduziert sich das Rauschen immer um die Wurzel der Anzahl von Bildern. Hier seht ihr als Diagramm einfach, wie dann dieses Rauschen immer weiter runter geht, aber irgendwann brauche ich halt echt verdammt viele Bilder, damit überhaupt noch was passiert. Das ist im Prinzip ganz simple Statistik. Also das sind ganz einfache Zusammenhänge, die man aus der Statistik kennt. Ja, wofür habe ich jetzt das zweite Teleskop eigentlich? Ihr merkt schon, dass diese präzise Nachführung ist das A und O, damit ich möglichst viele Bilder machen kann mit einer sehr langen Belichtungszeit. Und das ist das Allerwichtigste für ein Deep Sky Bild, ein gutes, denn ohne kann ich nicht genug Belichtung und damit nicht genug Bilder zum Reduzieren des Bildrauschens erzeugen. Das ist halt das Problem. Und das zweite Teleskop, das wird praktisch ausgerichtet, gar nicht auf das eigentliche Objekt, sondern auf irgendeinen anderen gut sichtbaren Stern, den ich da irgendwie sehen kann. Das erzeugt dann mit einer zweiten Kamera Bilder von diesem Stern. Also eigentlich eher ein durchlaufendes Video, so eine Art Live-Bild, Livestream sozusagen im Computer. Diese Bilder, dieses Video, was ich dann aufnehme, das geht dann an eine Software in meinem Computer und die Software trackt dann quasi diesen einen Stern und checkt immer, ist der an Position. Also ich will den halt irgendwie da immer in der Mitte halten. Das ist dann irgendwie der Trick. Und wenn der Computer jetzt sieht, okay, der Stern ist nicht mehr in der Mitte, sondern schwankt irgendwie oben, unten oder der wackelt so ein bisschen, dann schickt er ein Korrektursignal an die Montierung. Der Computer kann halt die Montierung selber steuern, das heißt, er kann ein bisschen nachjustieren. Links, rechts, da kann er ein bisschen was machen. Und damit justiert er praktisch permanent nach. Und zwar so, dass dieser getrackte Stern immer schön in der Mitte liegt. Dafür das zweite Teleskop. Und jetzt kommt der nächste Trick. Meistens hat dieses zweite Teleskop dann noch eine größere Brennweite, damit ich sozusagen dann stärker ranzoome und Abweichungen schneller erkenne als auf dem Hauptteleskop. Das ist der Trick. So funktioniert das. Und damit kann ich dann praktisch unendlich lange Belichtungen machen, sozusagen. Wenn eine Wolke kommt, habe ich natürlich ein Problem. Dann ist das Tracking, wenn ich Pech habe, kaputt. Wenn ich Glück habe, dann ist mein Teleskop so gut ausgerichtet, dass auch eine Wolke jetzt nicht so schlimm ist. Der kann das danach wieder zurückjustieren. Ja, die Bildbearbeitung. Ihr denkt Photoshop? Eigentlich tatsächlich würde ich in dem Fall sagen, nein. Photoshop ist so unprofessionell. Das ist kein Witz. Ich persönlich habe eine Software verwendet, die nennt sich Pixinsight. Und dieses Tool ist halt erheblich näher an der ganzen Mathematik, von dieser Bildbearbeitung, von dem ganzen Kram. Und näher an dem realen Bild. Also so, wie es aus der Kamera rauskommt. Tatsächlich, wenn ich zum Beispiel so ein Raw-Bild, also ein Bild, wie es aus der Kamera kommt, mit Photoshop aufmache, da passiert vorher schon wahnsinnig viel Zeug. Das Bild sieht auf der Kamera überhaupt nicht so aus. Sieht total anders aus. Ich kann euch das, wie gesagt, gerne mal erklären. Aber das ist halt einfach so, um das User-Friendly zu gestalten. Bei Pixinsight kriege ich es so, wie es ist, rein. Also wirklich ein reines Raw-Bild, so wie es sein soll. Also wie gesagt, dieses Pixinsight ist viel weniger User-Friendly, aber ich kann viel mehr ändern und viel mehr beeinflussen. Also ich habe wirklich diesen ganzen Prozess im absoluten Detail, wo ich jeden kleinen Fummel-Parameter ändern kann. Und in den Pixinsight macht man auch dieses Stacking, von dem ich euch eben erzählt habe. Und noch jede Menge anderen Kram. Das hängt immer ganz stark vom Bild ab. Sau kompliziert. Und hier schaut euch mal ein Bild an. Ich zeige euch mal, wie viel das eigentlich ausmacht. Das ist ein Bild von dem sogenannten Rosettennebel. Hier seht ihr vorher und jetzt seht ihr nachher. Und das ist ziemlich heftig, oder? Mit Photoshop hätte ich das nicht so gut hinkriegen können. Das wäre halt schwieriger gewesen. Ja, ich will nicht lügen. Astrofotografie ist leider ein verdammt teures Hobby. Das Teleskop hier hat damals, das ist schon lange her, 800 Euro gekostet und zwar gebraucht. Die Montierung liegt so bei 2000 Euro ungefähr. Die habe ich aber auch gebraucht, erheblich günstiger bekommen. Kamera und Filter und der ganze Kram. Da bist du auch ganz schnell wieder bei 1000 Euro. Also das kann leider echt teuer werden. Das muss ich zugeben. Also man kann auch erst mal klein anfangen und sich dann steigern. Und mit gebrauchten Teilen auch sehr, sehr viel sparen. Die Community ist halt super ehrlich und hat einen echt guten Gebrauchtmarkt. Und ansonsten könnt ihr auch, wenn euch das auch viel zu kompliziert ist, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Bild dauert halt teilweise Wochen, bis ihr damit fertig seid, könnt ihr euch ein sogenanntes Dobson kaufen. Das ist ein ganz einfaches Looten ohne Nachführung, ohne Schnickschnack. Stellst du einfach auf, gibt es teilweise als ausklappbaren Koffer. Und das hat oft eine sehr große Öffnung. Das heißt, damit könnt ihr auch ohne Kamera den wunderschönen Nachthimmel und je nachdem auch Galaxien und Deep Sky Objekte zumindest ein bisschen erkennen. Ja, also das kann, das ist dann natürlich nicht ganz so schön wie auf dem Foto, aber trotzdem unglaublich beeindruckend, weil ich sehe es einfach so. Ich stelle es auf und kann es sehen und das ist cool. Macht auch Spaß. Was ist eigentlich auf dem Bild zu sehen? Tim, klär uns auf. Was sieht man hier eigentlich? Was sind das für Jets aus der Galaxie und so weiter? Vielleicht kannst du uns mal kurz was erzählen und mehr dazu dann auf deinem Kanal. Du hast da ein eigenes Video zu gemacht. Findet ihr unten in der Beschreibung und viel Spaß dabei. Hi Andreas, du hast da wirklich zwei unfassbar faszinierende kosmische Objekte fotografiert. Wir sehen hier die Galaxien M81 und M82, die beide auf ihre ganz eigene Art und Weise besonders sind. Während es bei M81 jede Menge spannende Dinge über das zentrale schwarze Loch zu erzählen gibt, beeindruckt M82 durch ihre heftigen Gasausbrüche, sogenannte Starbursts. Im Video auf meinem Kanal habe ich Andreas' Foto mal komplett analysiert. Wenn ihr gemeinsam mit mir in die Welt der Galaxien, Schwarzen Löcher und Starbursts eintauchen wollt, würde ich mir sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und wenn es euch gefällt, mir vielleicht dabei helft, die 100.000 Abonnenten hier bei YouTube zu knacken. Da stehe ich nämlich ganz kurz davor. Danke Leute, wir sehen uns. Ja, ich habe tatsächlich noch einen recht ungewöhnlichen Wunsch. Vielleicht, wenn irgendwer von euch Ranga Yogeshwar kennt oder er sogar zusieht möglicherweise. Ich weiß, dass er auch sehr gerne Astronomie oder Hobbyastronomie betreibt. Ich würde unglaublich gerne ein Autogramm von dir auf meinem Teleskop haben. Ich weiß nicht, vielleicht klappt es ja. Ich versuche es einfach mal. Ich glaube, ich habe keine Sendung oder keine Person irgendwie, die so viel Begeisterung bei mir für Science und insbesondere Astronomie ausgelöst hat, wie du. Von daher, wenn du es siehst, unterschreib. Ich würde mich ultra freuen. Vielleicht hast du auch Lust, dir jetzt mal als Gast aufzutreten oder umgekehrt oder wir machen mal eine Nachtsession. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal. Wahrscheinlich klappt es nicht, aber probieren geht über Studieren. Wäre schon echt ein Traum für mich. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was von meiner Begeisterung euch zeigen, irgendwie mit euch teilen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, dass ihr seht, was das für ein wahnsinns Thema ist. Darüber kann man stundenlang schwadronieren. Ist mega geil, macht richtig Spaß. Also und wenn ja, dann lasst mir ein Abo da oder ein Like und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.